Es ist Samstag, es ist 7 Uhr. Wir sind mitten in Freiburg. Willkommen bei meiner Münstermarkt Frühstückstour. Warum es sich lohnt für unsere Tour früher aufzustehen? Um diese Uhrzeit herrscht eine ganz besondere Stimmung auf dem Münstermarkt. Die Marktbeschicker haben noch Zeit für uns und unseren Austausch. Wir sind hier drei Stunden unterwegs, authentisch, live bei unseren Marktbeschickern, hören nie gehörte Marktgeschichten und der Marktmeister erzählt aus seinem Berufsalltag. Und es gibt wunderbar tolle Produkte aus dem Schwarzwald für uns zubereitet zum Verkosten. Das ist echt Münstermarkt.